Dieses Fleisch hat 1 Stern? Das Fleisch hier hat 5 Sterne. Doch wo ist der Unterschied? Starten wir mit dem 1-Sterne-Fleisch. Es sollte aber nur Fleisch sein. 18 Hot Wings? 16 Euro. Meine Nummer. Und so sieht es hier aus. Leider sind viele vor mir dran. Dann wurde ich aufgerufen, also schnappte ich mir mein Tablett und bewegte mich in die obere Etage. Und so sieht das Ganze in dieser Etage aus. Doch vorher eine Sache, die die wenigsten vorm Essen machen. Und zwar Hände waschen. Ich bin mal gespannt, wie das hier schmeckt. Ich nehm mal den ersten Bissen. Erstmal vernünftig kauen, um ne Meinung zu bilden. Solide 3 Sterne. Weiter mit dem 5-Sterne-Fleisch. Vorher gab's diesen Salat. Probieren wir den erstmal. 3,5 von 5 Sternen. Weiter mit der Beilage. Und der Hauptspeise. Und hier die Vorspeise. Und das Steak vom Kameramann. Doch bevor wir das alles testen, checken wir erst das Bad aus. Das hier ist die Roomtour. Sieht echt sauber und edel hier aus. Jetzt geht's wieder die Treppen hoch. Und ohne Umwege zu meinem Platz, um endlich das Essen zu testen. Nachdem das Wasser bereit stand, probierte ich von der Ofenkartoffel. Schmeckt gut. 3 Sterne. Als nächstes das Kräuterbaguette. Etwas weich. 2 Sterne. Weiter mit dem Rinder-Tatar. Schmeckt sehr intensiv. 4 Sterne. Jetzt das Steak vom Kameramann. Sehr zart. 4 Sterne. Kommen wir endlich zum wichtigsten Punkt heute. Und zwar deinem Abo. Und das Fleisch. 4 Sterne.